Hallo. 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 Wir kommen zu Microworks. Das ist ein Spiel jetzt kostenlos auf Steam und man spielt quasi verschiedene Minispiele so ein bisschen gegeneinander. Genau. Und das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Wir können auch starten. Machen wir das doch. Machen wir. Es wird sehr hektisch. Gehen wir rein. Ich habe die Lautstärke schon von 20 auf 5 reduziert und ich hoffe, die Musik wird nicht so laut sein. Guck mal, eine Schweineschnauze. Das war noch ein Viertel halt. Da sind wir. Da stehen doch all die Bild. Das ist die Gamecube Arena aus Double Dash. Erklärung. Oh ja. Genau. Wir kriegen jetzt immer keine Aufgaben. Die stehen in der Mitte vom Bildschirm. Wir mussten eine Story machen und jetzt steht da links alles, was man wissen musste. Oh Gott. Zum Beispiel das Board eingeben. Oh Gottes Willen. Ich war da so verwirrt, was ich mache. Deswegen kein Controller. Und plötzlich rausgeschmissen aus dem Gameplay. Ihr werdet noch so oft verwirrt sein. Das war so eine dumme erste Aufgabe. Oh mein Gott, der Text war so schnell weg. Blau. Ich habe es nicht gelesen. Warum überredst du ihm das? Shit. Er ist der Gegner. Ja. Aber Ricky führt. Ja, als er erstes macht, kriegt er immer am meisten Punkte. Äh, Simon sagt nicht. Ah, fuck. Das habe ich zu spät. Das trifft mich dann so oft. Ihr war ein Schritt zum Weitweg vom Brot. Nein, du solltest nicht. Ach so, doch. Johnny ist instant in den Tod geflogen. Hä? Aua. Hast du mich geschossen? Ich bin so gespawnt. Oh nein. Ich war mitten am Rennen. Oh. Ihr meistert es ist immer vorbei, wenn man einmal stirbt in irgendwas. Ich sollte nicht rennen, auf jeden Fall. Eine Plattform. Hallo. Hey. Krieg dich. Alter, man kann sich schubsen. Nein. Wir haben ein F. Ah, Mann. Einfach irgendeine. Tempo rauf. Alter, das ist ja 3D-Ioware. Stimmt. Ich spring von der... Doppelte Punkte. Oh. Jetzt gibt es satte Punkte. Nein. Was? Ich war doch... Ich war Arschspiel. Hätte, hätte Fahrradkette, Fully. Auf die Plattform. Oh. Fuck. Ah, ich hab nicht laufen. Er kann mit F übrigens sich gegenseitig wegschubsen. Das müssen wir. Warum war ich nicht auf einer Plattform? Oh. So, man kann die Steuerung da links, kann man das doch irgendwie ausblenden oder so? Das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Steuerung links? Ja, die WSD-Bewegung. Ja, bei mir auch. Bei mir nicht. Oh, ich hab mich umgeguckt. Mit H. Oh ja, mit H. Äh, mit H. Okay, bei mir ist das nicht so. Okay, bei mir ist das nicht so. Okay, bei mir ist das nicht so. Hm. Passen wir euch mal Flasher. Hallo. Nein, nicht schubsen. Oh. Ich war doch bei mir. Hä? Ja, Morgi hat mich weggeschubst. Und dann lag es da nur. So verwirrt. Meine Krabbe. Ich hab ne Krabbe. Meine Krabbe. Was? Jemand hat mir meine Krabbe ge... Was? Ja, richtig so. Meine Krabbe. Äh, oh mein Gott. Ja, ich hab's zu lange gebraucht, obwohl das dasselbe war. Ja, ich war auch so kurz verwirrt. Ja. Nicht drücken. Ich weiß nicht mal, wie man sich tut. Nicht STRG drücken. Okay. Das kriegen wir doch alle hin. Hm. Rennen doch nicht weg. Hey, ich war doch bei ihm. Jetzt hab ich geschwubst. Sie stand in ihm. Au. Was? Wow. Wow. Hä? Geschüttelt. Wer ist da geplatzt? Was? Nein. Ist irgendjemand grad gestorben? Wir haben nicht genug geschüttelt? Äh. Na, wow. Das geht nicht so. Ich dachte, ich kann da drunter stehen bleiben, aber da war am Boden auch noch einer. Wird nicht zerquetscht. Wird nicht zerquetscht. Wurde jemand zerquetscht? Na, wer wurde zerquetscht? Morgi wurde zerquetscht. Auf was sollen wir stehen? Keine Ahnung. Das war so schnell weg. Keine Ahnung. Das war so schnell weg. Blaue Plattform. Nein. Wie? Ich war nicht drauf. War ich jemanden runtergeschubst? Ja, das hab ich auch einmal vorhin. Oh, das sind Wände. Nein. Was? Ich komm nie von der Karte runter. Drei minus eins mal. Achso, zweimal. Oh, mein Gott. Oh, ja. Ich hab's auch gerade gesehen, als grün wurde. Oh, wie klein der Text ist. Nein. Wie schnell geht die Zeit rum. Ich komm nie von der Karte. Doppelsprung drauf machen. Das hab ich nie. Ich hab's geschafft, aber anscheinend auch nicht. Leuchtende Kachel. Welche Kachel hat geleuchtet? Hier, ich hab'n 2-3 gelaufen. Bosse mal an, Marsch. Boss. Jetzt kommt das Final Battle. Jet Frösche. Warte auf Host. Das ist so stressig, das Game, aber das ist schon spaßig. Das ist so stressig. Wie man oben gesehen hat, das Folie am längsten geladen hat. Ist es nicht stressig, die ganze Zeit durchzublicken, was du machen musst? Ja, mein PC ist halt alt. Zeit für ne gute Runde, Frogger. Man kann, glaube ich, sich gegenseitig mit F auch ein bisschen wegzungeln. Ups. Ach so, springen, Mann. Genau, links nicht so ein bisschen gedrückt halten zum Aufladen. Perfekt. Oh, ist das gemein. Ich hab auch nur hergezogen. Shit. Ich hab die Zunge so gesehen. Ich schaff das trotzdem. Fuck. No. Warte auf mich. Scheiße. Wow, ich komm da nicht mehr hoch. Nein. Danke, Folie. Zu weit. Sehr cool. Oh, ich bin wieder hinten. Wo ist Folie? Folie ist hier drüben. Ah! Junge, wie soll man... Oh mein Gott. Ah, hallo! Scheiße. Hallo, Folie. Aber Iwa Folie drüber klettern. Nein! Du warst ein Sprung. Fuck. Ist schon jemand ganz drüben? Ne, ne. Wir sind schon da, ja. Also, wir sind übers Wasser gerade. Hör doch auf damit. Moment. Das gibt's doch nicht. Riki und ich sind so scheiße. Man kann irgendwie auch boosten mit Rechtsklick, aber ich weiß nicht genau, was das macht. Nein! Ne, das ist nur, dass du einen Schritt machst, einen etwas einfacheren. Rechte Maustaste für einen Spurt. Ah, das ist ein kleiner Boost. Nein! Fuck. Hast du gesehen, wie ich dich das weggezügelt habe, Folie? Boah, ich bin durch. Du frisst mich immer. Nein! Ich schaff das nicht. Ich kann das auch nicht. Keine Sorge. Oben links ist ein Timer, der abläuft. Hinter dem Froschgesicht. Du bist ein Froschgesicht. Du bist ein Froschgesicht. Oh, Moggi. Das war knapp. Ich hab das Froschspiel halt schon zweimal gehabt, deswegen warte ich auch ein bisschen. Ich kann... Warum kann ich mich nicht verwegen? Ja, die Boxen nehmen wir gerne mit. Hör doch auf, mich immer zu züngeln. Oh. Scheiße! Was ist denn denn dort? Nein. Schon jemand anders hier? Nein! Nein! Ich bin weg. Die anderen verzweifeln beim Wasser scheinbar. Nene, ich bin jetzt gerade bei den Kettensägen. Ich hol das Feld von hinten auf. Nein, du Huuu! Aua. Shit. Oh, das transportiert mich einfach nur weg. Shit. Oh, jetzt ist es einfach Frogger. Ach, hör doch auf! Oh! Ich mein, mit über Wasser? Was ist denn noch nicht Frogger? Frogger. Ey, warum hab ich denn jedes Auto? Autofahren. Aua. Nein! Aua! Oh, ich mag das hier gar nicht. Nein, hüpfe noch... Oh, ich sitze hier inzwischen. Sehr schön. Fuck. Oh, wir beide. Ah, shit. Komm schon, Johnny! Nein! Die Stelle ist so kacke. Das ist ja richtig schlimm. Hä? Wie soll man denn... Ah! Oh, es war vorbei. Oh mein Gott. Aber man kriegt mehr Punkte, wenn man langsam... Jetzt bin ich dritt, ja? Die ersten Hindernisse. Jaja. Und man irgendwie Bonuspunkte kriegt, wenn man sehr langsam ist. Dass die Leute, die super schnell sind, am Ende mehr Punkte kriegen. Aber wir waren ja alle gleich weit am Ende. Ich glaub, es ging darum, wie weit man maximal kam. Das haben wir gewählt. Das kann gut sein. Das ist nicht wahr. Zweiter. Oh, ich hab ne Waffe. Oh, cool. Oh nein! Geh bloß weg. Hilfe! Ich kann nichts tun. Berichte von meinen Taten. Ich bin Zweiter. Zombie gewinnt. Was soll denn das? Warum steht das da? Dass da wirklich so steht, ist krass. So, weiter geht's jetzt. Nur deswegen wollte ich spielen, dass da Zombie gewinnt spielt. Ah, gut. Jo Leute, was warst du? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Es dauert so lange, bis das zählt. Ja, das guck mal. Man fährt doch nicht früher. Dass es doch zählen, sobald ich... Dass da trotzdem noch so einen Boden ist komisch. Du hast 400 Punkte gerade bekommen, weil du es zuerst gemacht hast. Nein, aber es dauert so lange. Aber ich beschwere dich doch nicht, wenn du am meisten Punkte kriegst. Ich bin in Ausgewichten. Ich bin doch gar nicht getroffen worden. Und Pissgesicht. Das hängt überhaupt nicht zusammen. Ich beschwere mich doch nicht, wenn ich wenig Punkte krieg. Du hast keine Ahnung, dass du dich beschwert, dass du am meisten Punkte kriegst, weil du zuerst unten warst. Nein, ich habe mich nicht über meine Punkte beschwert, sondern darüber, dass es so spät erst zählt, als aus der Map gesch... Äh... Sobald... Ja, genau. Okay, es hat funktioniert. Tut mir leid, wenn es grauenhaft aussieht im Video. Aber was soll ich machen? Es sieht so scheiße aus. Ja, egal. Ah, nein, doch nicht! Ich mache zweimal einen, dann gibt es kein Problem. Ja, genau. Oh ja! Es hat wirklich funktioniert. Nein, hätte ich das so früher gemacht. So smart. Tempo rauf. Schon wieder, ey. Hä, das ist die selbe Aufgabe? Ja. Na, mach dich zu. Ich weiß nicht, was du meinst, dass das 150 Spiele sind, man merkt es nicht. Ach du Scheiße. Äh... Scheiße. Platforming mache ich. Uh, der Seitwärtssprung. Aber man hat nur einen Versuch? Ja, man hat nur einen Versuch. Blau, 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 blau. Nein. Die leuchtet aber nicht. Warte! Er sagt nicht! 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 Ich hab nur darauf gehört. Alter, nice. Alter, nice. Ich seh mein Bild oben rechts nicht. Ah, zum Glück bin ich Single. Da hat keiner das gut. Er hat so kräftig geschüttelt. Das ist richtig schlimm, ey. Was? Was? Springen. Sag dem Microgame auch wieder. Nicht springen was. Er ist noch glüff. Da hab ich Heimportal. Ich hab das Loverin schon zehnmal gesehen. Das ist ja gemein. Oh mein Gott. Nein! Ich fahr einfach mal rein raus kann, Mann! Wie soll das? Man kann sich bei dem ja auch gegenseitig zerschießen dabei. Oh ja, okay. Kann das jetzt nicht, wenn ich zwei zerschossen habe? Ich glaub, was zählt, solange du eins zerschießt. Ja, hat's. Freie Runde. Oh. Räunde. Fede. Freie Runde. Freie. Das ist echt free. Ach nein, er sagt es! Okay, das kann ich nicht, dass man auf einmal springen muss. Ja. Du siehst du, weil die neun Spiele kommen gerade alle. Äh. Nein! Ich hab euch zerkloppt. Ich hab keine Melone gefunden. Keine Melone, erwischt ja was. Hier ist keine. Ja. Ich hab vorhin auch keine Melone gefunden. Wir waren nirgends ohne Krammel. Ja, sogar. Äh. Jesus. Fuck. Wurde jemand nicht getroffen? Ja, ich. Ich war nicht getroffen. Bin ein bisschen geübt. Mein Gott. Stell dich auf die... Oh, Fiesling! Nein, es hat gewechselt! Ja, die Farben... What the fuck. Wow. Oh, diesmal wurde ich nicht gelasert. Nice. Oh, Ricky, zweiter Platz. Werde nicht getroffen. Oh. Ah, diese Werde nicht getroffen Aufgaben, die mag ich nicht. Nee, da... Kann man manchmal echt nichts machen. Wo ist der Mania? Was, ich war doch bei Ricky gerade. Ich sollte mich und dich versammeln. Ich war bei Zombie. Man kriegt immer den anderen Spiel... Fuck. Oh, nee. Oh, ja. Nur Volli hat's. Das ist keine Kachel. Das ist keine Kachel. Ja, die sind einfach bloß an. Das ist keine Plattform Scheiße. Ah, ficken. Boss im Anmarsch! Boss! So, aber jetzt... Oh mein Gott, es kommt das Schlimmste. Es gibt halt sowas wie Schneeballschlacht. Es gibt halt richtig viele lustige Spiele und es gibt diese Jump'n'Run Hölle. Das ist das schwerste Jump'n'Run, was ich je gesehen habe. Oh, Mann, okay. Oh, nein. Ich kann sowas doch nicht. Aber das sieht dich wenigstens ab. Ich kann zwei Pursen machen, wenn du rauszoomst. Hier darf man sterben. Okay. Das ist cool mit dem rauszoomen. Scheiße. Wie kann man rauszoomen? Einfach mit scrollen tatsächlich. Oh, das ist so viel angenehmer, sich selber zu sehen. Hilft das? Ja. Ein bisschen. Äh, naja. Was passiert hier? Und da einmal sprengen. Was soll denn hier machen? Da drin, da stehen wahrscheinlich? Nee. Oh, wow, da ist... Oder da durchgepft auf das Gitter dahinter halt. Ja, stimmt. Und ich muss sagen, wir kommen sehr schlecht an den Lasern vorbei. Hat man limitiert viele Leben? Oh, ich bin raus. Ja, ich bin auch raus. Nein, ich bin zurückgegangen. Das Stachelteil hat mich erwischt. Ich hab nicht mal den Lasern vorbei. Ja, weil man zu langsam von den Checkpoints ist. Man wird verfolgt. Also Leben hat man endlich, aber der Schredder... Nee, Leben auch nicht. Achso, da ist der Schredder, ja. Der Schredder ist da einfach. Nur Johnny ist der einzige. Ich bin nicht auf freier Ansicht. Johnny, geh links auf das Gitter! Achso. Boss vorbei. Ja, war gut. War gut, aber... Ja, der Schredder ist heftig. Ich weiß nicht, was das soll. Da liegt der Fully. Da liegt der Fully. Der ist tot. Der kann dich mehr so gut. Der kann dich mehr so gut. Der kann dich mehr so gut. Zombie gewinnt! Zombie gewinnt. Ja, 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 knapp. No, nie Glück. als ein spieler ich gebe euch vier spiele vor sprung ich chill hier und gucke euch mal eine markt das springen sehr ne macht man nichts mehr manchmal ist wirklich wenn ich ehrlich ich habe da kann ich gerade noch mal um morgen gezeichnet gibt es bonuspunkte geister züge 1000 punkte schon okay jetzt nicht mehr so spät aufgestanden nein ja auch kommt schon die mitte ist auch recht hoch nein es hat mit einer weg ist hey oh mein gott ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin nicht gezählt ja aber da war jemand anders bei dir ricky hat er keine bohrer ich geh weg schön schön aber mit linker maus da setze ich die werfen müsste ich dachte mit e oder so gebe ich die ab okay ich habe alles gedrückt von der steuerung was wer kommt jetzt weiß ich wie ich das bestanden habe man kann es aufladen mit links klick auf was hat das mit nicht abgeschossen werden zu tun ich weiß es nicht nicht sterben oder so ich habe trotzdem punkte bekommen weil ich die bombe abgegeben habe ich bin die kiste oh mein gott der kiste sind stachel nicht da rein ich hab's gesehen wenn ricky scheitert gibt es bonuspunkte ricky scheitermann wie wärs wenn ich mit dem arsch leck nö drück den knopf ich habe doch gerade gedrückt doch lehrt hast du gedrückt e geh in die gelbe tür die mitte war gelb perfekt ich kann so schnell nicht ich komme überhaupt nicht mehr voran in dem spiel ich nehme mal mehr punkte doch schütteln kriegen wir alle hin nicht gescheitert doch da schütteln kann jeder wiederhole die sequenz ach so ich habe mich am blauton gewählt ich habe gelesen okay das ende what the fuck mit drüben sind aber alle durchgekommen der war nicht so wild das ist nicht so schwer ne gabelte punkte gabelte punkte für alle die schüttel ich mir wir bringen mir nichts mehr trotzdem mit zu viel abstand fünfter das war die aufgabe genau zweimal zock gib das wort ein nice ach porfolie hey schade wie funktioniert das wie habe ich die bombe weitergegeben ich habe es selber nicht verstanden du hast geklickt scheinbar johnny hallo nice dieses versammelt euch um irgendwen das ist ein merkwürdiges spiel ach man du musstest du mich abknallen ich hatte drei schüsse schon drin mann manchmal klappt das nicht mit dem schütteln hochrunterschütteln ist schwer sehr weit hochrunter gucken halt ja okay ja tschüss ja es ging aber schnell es war nicht oh du hast gedacht mal dass du noch runtergerufen bist ja ich wusste noch runter oh 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 den ausweichen ist schwer das ist okay ich habe es eh schon geschafft was ich habe es mal getroffen ich habe es mal getroffen was ich war so kurz davor das kann doch nicht jedes Mal so ausgehen Funi das ist doch so bescheuert oh wrestling das sind glaube ich so one versus one matches aber wenn es zu lange dauert kommt ein weiterer spieler mit rein ne ist es boxen ich will zombie boxen ich sehe mogi im ring gegen Funi ne das ist johnny ja stimmt johnny wer weiß noch einen Haken der eine da hau nochmal drauf jetzt das box ist sehr merkwürdiger äh was was der hölle du sauch ha das hat ja gar keine äh gar kein feedback das fühlt sich so schlecht an dieses boxen in dem hier es ist unglaublich ich habe noch nie was gespielt das sich so schlecht anfühlt wie das boxen hier ich kann nicht einschätzen wann ich überhaupt treffe so richtig ich habe rigging ein paar mal ins gesicht geboxt man kriegt überhaupt kein feedback was geboxt was für ein scheiß spiel ich habe zombie hat gewonnen zombie gewinnt ich will nicht dass da immer zombie gewinnt steht zombie gewinnt ich will dass wir gemeinsam spaß haben haben wir doch ich bin nicht letzter geworden ich habe spaß na doch spaß aber zombie gewinnt trotzdem johnny ist letzter geworden ich bin vierter ich habe meinen spaß ich war lange erster mal das war nicht meine beste runde an sich war die ganze zeit noch vor mir aber ich glaube dass ich eben bei boxen gesiegt habe das hat es ruiniert ja gut tag ruiniert richtung ende habe ich die meiste micro games ganz knapp verloren immer jetzt überlege ich gerade ob ich auch third person dieser die ganze seite alles verloren ja ne code eingegeben war das richtig easy peasy hacking meister ist die frage ob es hier third person mehr sinn macht ne ja oh gott habe ich lange gebraucht ich habe ich habe sehr schön am schnellsten getippt jetzt hast du schneller getippt offiziell na der tippt immer schneller als alle ja wir wollen den beweis ja nicht zerquetscht ne hat gehört gesehen wie ich dort so seid ja ja geronimo was hä ah ja keine ahnung natürlich weiß ich doch sicher der ist ein bär oder ich habe die trivia fragen drin gelassen auch wenn wir die überhaupt nicht verstehen ich habe richtig klang wie ein bär ich glaube es gibt zwei antworten mit bär deswegen mit wunsch an euch ich habe den noch nie ich habe ihn erwischt oh mein gott so viele sind auf einen ball gesprungen ich hatte überlegt wenn man da mittendrin steckt ja jetzt bin ich raus ich will was willst du johnny ja ich wollte dich schubsen mann warte nicht oh fuck oh bin ich froh dass ich keinen ball gefunden habe oh komm schon nein nein ich wollte zumil folgen und er diesmal hat er den ausgang erreicht na das war klapp das werde ich sogar mehr zu ach komm schon rot 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 nein oh wir sind die noch geändert nein du hast sogar eine mittige warte wo war die rote plattform das hat nicht gereicht das war ja richtig fies ja ich habe die nicht gesehen die war auf der genau anderen seite dann gegenüber Folie gib mal falsch ein Arschloch als würde ich beim tippen falsch eingeben oh der kam direkt von hinten haha ja da hab ich nicht hingeschaut du hast bei euch in der herrensauna ich mag Zügel und das meine ich vom dom johnny dieses minispiel na wann wie gestaltet es war doch voll ich war scheiß schnell zu spät ist auf wie ist mein links liegt hämmere die maus ihr habt das im tutorial bestimmt gerade erst gehabt ja ne ich hatte es im tutorial ja nie gesehen da kam Zug Geisterzug nicht erwischt Geisterzug nicht erwischt Geisterzug nicht erwischt ich wollte mich doch gar nicht Punkte war das oh wichtige Punkte ich will nicht mit dem tauschen der die verpasst hat Riki rote Tür man hat das doch nicht gesehen doch 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 man sieht das doch ganz kurz nein Mitte das war die Mitte ich habe überhaupt nicht gesehen was da ging man sieht das ganz kurz ja musstest du mich wieder abkleiden das war so schnell vorbei ja warum wenn es Spaß macht oh das ist oh wie gefährlich ja da kann man ja einfach mit so einem Sprung durch ja das ist schon das hat gezählt das hat gezählt schade es wäre so gut gewesen dann müssen wir zusammenarbeiten und alle Platten drücken das ist eine dritte zu spät ja perfekt keine Punkte für euch und deswegen das funktioniert in 3rd Person schwieriger als in Ego achso laserstrahl nein 5 ouch ach stimmt ich habe so langsam wie möglich springen gedrückt man muss ja schnell drücken für den hohen Sprung mhm einen wir sind viele das kann ich doch gar nicht easy na mit Zeit mit Zeit Spaß gerne komm mal so ein bisschen mit der Platte mit lenken stell dich auf eine Plattform warum ist sie jetzt weggefahren was soll das denn ja bei mir ist sie auch wirklich Suggestion ja was ja Bonus im Mors Bonusrunde Kai mit Flagge kenn ich nicht dreine Flagge so lange wie möglich um Punkte zu sammeln jage den Kai mit der Flagge um seine Flagge zu bekommen also wir müssen mit dem Baseballschläger einfach kaputt schlagen geil ok i love Johnny ok es gibt echt viele Symbole die so aus es gibt irgendwo eine Railgun nein ich bin runtergefallen bin ich tot die Flagge liegt in meiner Mitte oh mein Gott man respawnt nicht ne man respawnt ok oh mein Gott ja komisch wenn es da rum geht irgendwie hat es mit der Flagge sofort runtergesprungen Ricky ja ich bin äh hier in der Mitte liegt die Flagge ihr müsst die Flagge holen ne nicht PvP machen wie jage ich das jemandem ab umbringen Aua als ob ich dich nicht getroffen hab Aua Aua hier weg Ricky hat die Flagge wo gibt's was waffen ah ja da schön wo ist denn der Ricky der Freund ist auch unterwegs aber er hätte das in den Moment nicht ganz verstanden ich fang ihn ab ich fang ihn ab ach shit ach die Drohrelein wie sollte ich so wenig leben nein nein ich bin wieder runtergefallen boah das sah aber wundervoll aus ich bin eigentlich noch nach oh mein Gott oh mein Gott ich hüpfe darf ich auch mal die Scheiß Flagge haben Aua ich merke schon du musst einfach nur aufheben Pulli ich versuch's stirb Mogi schnapp ihn euch ich treffe nicht mit dem Baseball Schläger wieso bin ich jetzt gestorben ich hau alle Aussagen für morgen kaputt ich seh mich direkt runter keine Waffe keine Waffe das war gut wenn die Flagge jetzt voll die erste der Kai mit Flagge der Kai ich hasse Kai's nein ja meine Flagge Aua wild rumspringen hat nicht funktioniert das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht wie ausweicht die hier dodge alter schon hey was die fliegen so viele Schüsse da ja nein der Sprung am Ende hoffsache keiner kriegt sie mehr nein ich bin nochmal in Achtung ja oh Mogi gewinnt was ne Runde Riki du bist übrigens gemuted oh er ist so wütend er war so sauer ich war so sauer ich musste kurz immer beleidigen Mogi gewinnt Mogi gewinnt boah nein ich fühl's ihm nicht richtig an wieder letzter was ist das denn au yeah der Killerroboter mehr als dritter wird bei mir nicht ja warst du nicht schon zweiter ich war schon ja also eine Runde noch oder ja letzte Runde Bonusrunde Spezialrunde 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 halt for real ok 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 ja Spezialrunde mit ausgerechnet was ist die Spezialrunde weh doch aus wie lange was ist das was ist das was ist das oh yeah das ist ja das Schlimmste boah wie ihr alle abgeschubst ja Krabbe Nix Och Schade ich wollte doch gerade Voli wegpolen ja okay egal okay 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 ja weil er ist boah dreimal gerechnet natürlich ändert es es nochmal ich war doch drauf das switcht nochmal ich wollte einfach mal hochklettern und dann war es auf einmal der richtige Weg hast du in die Stachel gelaufen ich bin sowas von in die Stachel gelaufen ich bin sowas von in die Stachel gelaufen Fünfter das ist nicht gut war ich denn da muss man drunter durch nein 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 kann es sein dass das immer so weit weg geht es hat doch gezählt bei mir nicht ich konnte gerade kurz nicht essen ich konnte gerade kurz nicht essen hab ich keine Oma das will ich mir gar nicht vorstellen das will ich mir gar nicht vorstellen oder so verpisst euch doch nein das ist ein Müll ey eine Melone dankeschön nein was ich habe doch die Melone nicht gefischt du hast doch eine Melone zu hauen habe ich auch gesehen bei mir zählt es nicht ich weiß nicht was da vorne ja ups ich mag es dass Riki immer bei der Menge steht wenn die Stachel gelaufen sind hey ich stand da zuerst du Arschgesink erziele einen Abschluss ne geh weg bitte mach mal nicht nein oh mein Gott was ja kein erster Platz mehr für mich hier Vorsicht Geister zu ich bin einfach reingehüpft ich war zwischen den beiden und hab's geschafft ja ich hab doch kommt man die öfters ich könnt ihr schwören dass ich die Melone geschafft und sich auf den Knopf gedrückt nicht oh ich hab grad noch aufgehört ah nein was meine war nicht okay oh gescheit ich hab zu spät ja ich hab zu spät ey wie oft kommt das mit diesen Schaltflächen was fehlt was Simon sagt nicht oh oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott das kann ich gut schreiben das ist das Lied was im Stream läuft ja ich hab mich verschrieben umgekehrte Steuerung umgekehrte Steuerung das ist so egal bei dem Spiel das ist völlig egal ich war zu lang oh mein fucking Gott don't fall äh was ich versteh grad überhaupt nicht was passiert ich hab's geschafft ich könnte auch schwören dass ich einige Minispiele äh geschafft hab die oh mein Gott ich erwisch nie nen fucking Ball die Kelle sind schrecklich ich hab wirklich noch nicht einmal so nen fucking Ball erwischt nicht ein einziges Mal Plattform mit den wenigsten Spielern ja also hey Rikki ARSCHLOCH nicht zerquetscht nicht zerquetscht also nicht zu schwer ja nein meine Kopfhörer alle hochgeschubst jetzt schon Boss 1-1 gegen Gegner warte auf die Aufforderung und schieß als erster also ein bester Showdown ok wer erst sobald schießt kommt da kann ich mich vom vierten Platz vom fünften Platz noch erholen wo 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 ich hab Ar置f wo 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 Ein dreckiger Zombie, hätt sich mal waschen sollen, aber was. Ist einfach nicht passiert. Wo steht denn schießt? In der Mitte vom Bildschirm. Er wird gewinnen. Es wird spannend. Kann sich so leicht da drin bewegen? Kann sich so ein bisschen beunsichern? Oh Mann! Du hast dich gerade bewegt in dem Moment. Okay, dann. Johnny gewinnt. Das weiß ich jetzt ja nicht. Du hast scheiße Punkte jetzt drin. Oh, fuck, ich wollte mich bewegen. Ich hab nicht mal gesehen, dass es aufgetaucht ist. Let's go, Johnny. Gott, ich bin schon wieder dritter. Ich hab 7000 Punkte. Ich bin letzter mit so viel Abstand. Das war der Aufstieg und Fall. Aufstieg und Fall. Erster Platz, hab ich gesagt. Wir machen noch eine Runde. Und ich bin letzter. Jetzt kannst du alle wegballern. Team Johnny. Das haben alle gewonnen aus der Fully. Jetzt wird aufgeräumt. Er zieht euch. Du hast gewonnen, Ricky? Ja, im Leben. Im Leben. Gehen nur persönlich zu werden. Ja, das war's mit der Folge. Wir stehen hier irgendwie noch im Raum. Aber jo, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.